Für mich ist das Besondere an der HFGG, dass ich ein Thema studiere, wo ich eigentlich sagen würde, es ist überhaupt nicht mein Thema, weil ich ja einen Ökonomiestudiengang belege und weil ich definitiv keine Ökonom bin. Aber man lässt mich das ja eben auf eine Weise machen, auf die ich quasi meinen eigenen Weg finden kann, mich diesen Themen, die mich ja doch dann sehr interessieren, zu nähern und mich mit denen zu beschäftigen. Darin werde ich unterstützt und das ist sehr schön. Ich finde es total spannend, hier zu studieren und zu arbeiten und ich habe ja auch noch ein Ehrenamt an der Hochschule und das macht eigentlich, glaube ich, nochmal sehr viel mit meiner Studienerfahrung, dass ich quasi auf ganz unterschiedliche Art und Weise Einblicke in diese Institutionen bekomme. Das gibt mir sehr viel, weil ich eben auch neben dem Studium total viel lerne über alle möglichen Prozesse auch in Bezug auf Hochschulgestaltung.